Die Trappern haben verloren. Ich empfehle, zurück zu deinem Master, während du es kannst. Du hast mich nicht mehr Slave. Ich bin nicht ein Slave. Ich entschuldige. Als ich Ansoe gefragt habe, eine Distraktion für die Hunters, hatte ich keine Ahnung, dass sie so... ...numerös wären. Keine Ahnung, wir machen das so oft. Impressive. Mein Name ist Fenris. Diese Mann waren Imperial Bounty Hunters, ...seeking zu retten ein Magister's lost property. Namely, ich selbst. Sie wollten mich in die Öffentlichkeit. Krudend wie ihre Methoden waren, ich konnte sie nicht alleine face. Danke, Anso chose wunderschön. Das scheint ein viel Erfolg zu finden, um einen Slave zu finden. Es ist. Das hat etwas zu tun, mit diesen Marken? Ja. Ich denke, ich muss mich daran sehen, dass ich zu dir fühle. Ich habe diese Marken nicht gewonnen. Ich habe diese Marken nicht gewonnen. Auch so, sie haben mir gut geholfen. Without sie, ich würde noch ein Slave sein. Wenn Sie nicht kämpfen können, warum nicht einfach runnen? Ich habe diese Marken nicht gewonnen. Ich habe diese Marken nicht gewonnen. Ich habe das, was ich nicht gewonnen. Ich habe das, was zu viel zu erwarten. Ich habe das, was zu viel zu erwarten. Ich habe das, was zu wissen. Ich habe das, was zu wissen. Ich habe das, aber ich sollte nicht mehr. Es war Bait, nichts mehr. Ich habe das, was zu tun. Ich habe das, was zu tun. Nein, es gibt mehr. Ich habe das, was ich dachte. Ich habe das, wie ich dachte. Mein früherer Master sie mit ihnen in der Stadt. Ich weiß, Sie haben Fragen, aber ich muss ihn konfrontieren, bevor er fliehen. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe das, was zu tun. Es hört sich, wie du mehr willst, als nur zu sprechen. Daenerys will die Flesh von meinen Böden, und hat so viele Hunters, dass ich mich verloren habe. Und bevor das, er hat mich auf einem Kuhnari-Mage gehalten. Ein persönlicher Freund, um Kuhnari-Custum zu machen. Ouch. So, ja. Ich habe das, als nur zu sprechen. Du mich in eine Schraub, und jetzt will ich meine Hilfe. Wenn Anso gesagt hat, dass du einen Anbush von Tevinter Bounty Hunters gesagt hast, dann hätte du das gemacht? Gut. Ich habe dich kennenzulernen, vielleicht hätte ich dich persönlich gefragt. Ich hatte nur Anso zu beteiligen, ich habe. Ich bin nicht mit dir jetzt. Bitte, hilf mir zu tun. Es scheint, es wird eine lange Nacht sein. Ich werde einen Weg finden, um dich zu retten. Ich versuche es. Der Magister ist in einer Mansion in Hightown. Schöne mich dort so schnell, wie du kannst. Wir müssen morgens in der Nacht kommen. Interessant. Das ist aber... tut mir leid jetzt, aber das war irgendwie überhaupt nicht ersichtlich. Das schien einfach nur wie so eine Nebenquest. Ich sollte da für so einen Schmuggler irgendwas abholen und auf einmal das... Na, manchmal verstecken die ihre Quests ziemlich gut. Das ist ein neues Party-Mitglied, das war ich aus den Previews. Okay, ich schneide mal, bis ich wieder bei Fenris bin. Und jetzt hoffen wir Isabella. Cool. Geh ich einfach mal zufällig in den Hinken an und da treff ich die. Beginnt die Katzen hier. Ich glaube, mit der will ich einen Roman zu haben. Ich glaube, ich glaube, das war nicht so. Mein, und hier habe ich gedacht, die einzigen Menschen in diesem Ort waren besotten Fools, die nicht hoist die Mainzelle. Wenn Sie sagen, hoist die Mainzelle, was Sie wirklich sagen? Was ist das? Was könnte das? Es braucht strength, Wissen von Rigging, und eine kleine Bezüge von Sobriety. Ich weiß meine Weg um Rigging einfach gut. Und ich bin gut mit meinen Händen. Oh mein. Ich bin Isabella. Vorher, Captain Isabella. Sadly, ohne mein Schiff, der Titel ringt ein bisschen holl. Du bist Ferelden, nicht wahr? Du hast das Gesicht über dich. Ich war in Denerum nicht zu lange vor. Ich habe sogar... ...zuregen von Ferelden. Ja, wenn du wissen, was ich meine. Du weißt, du kannst du nur das, was ich schaue, um zu lösen ein kleines Problem, das ich habe. Keine Ahnung kann sich nicht auf die eigene Leben hierheraus. Es muss sein, was in der Wasser. Niemand aus meiner Vergangenheit hat mich verletzt. Ich habe eine Dürfe. Wenn ich gewinnen, er hat mich alleine. Aber ich glaube nicht, dass er fair ist. Ich brauche jemanden, um mich zu sehen. Warum ein Duell? Ich liebe Duells. Das ist das, was ich mache. Und wenn ich gewinnen, er wird tot. Problem solved. Du hast Informationen von Lucky. Was war es? Ich habe Lucky und seine Jungs zu schrauben etwas, was ich verloren habe. Sie haben es nicht zu tun. Es ist nichts zu beschäftigen. Und das ist viel mehr wichtig. Wer ist diese Person, die du besuchen hast? Sein Name ist Hader. Wir arbeiten zusammen in Antifa. Er hat niemals mich gefallen. Er hat mich gefragt, um mich herumkirken. Ich dachte, ich würde es mitnehmen, um ihn zu treffen zu treffen. Was macht dich denken, dass ich das richtig ist? Du hast mich mit Lucky gesprochen, nicht wahr? Diese Jungs können nicht einfach einfacher Informationen zu sammeln. Ich kann nicht den Riffraff in diesem Ort, um alles richtig zu tun. Aber du? Du bist anders. Ich denke, ich könnte es mit deinen Backen sehen. Ich werde es. Ich habe mich vorbereitet, um Hader in Hightown nach der Nacht zu treffen. Ich werde dich dort treffen. Cool, jetzt haben wir noch zwei Gefährten-Quests. Und ich denke, wir können das noch mit Varric reden. Wie mache ich das? Also, ich habe mich überrascht, um zu wissen, was warst du in deinem Kopf, wenn du diesen Ogre kämpfst? Für die ersten paar Sekunden, was sie diese Dinge vermitteln? Ich weiß nicht jemanden, der sogar einen gesehen hat. Du bist nur Glück, dass du hier standest. Ich denke, Hauk, ich denke, dass die Dinge nicht so gut sein werden, mit dir. Nicht, dass ich die tiefen Weg nicht so gut sein werde, mindst du. Der Konstantin der Verbrechung ist, dass du dich wundernst. Wenn wir zusammenarbeiten, ich sollte wissen, mehr über dich zu finden. Das stimmt. Ich denke, du willst wissen, meine Gefährdungen zu wissen. Meine Familie kam aus Orzammar, Noble House Tethras, bis mein Vater wurde verletzt, um die Provings zu verbrechen. Er und unsere ganze Haus wurden exiliert. Kein grosses Verlust. Ich bin hier geboren. Die Sonne ist mir einfach gut. Du bist ein Merchant? Ein Mercenari? Ich bin ein junger Kind. Es ist eine schwierige und gefährliche Profession. A lot of uns sterben von Bordem. Fortunately, being Bartrens' junger Bruder keeps mich auf meine Toes. Maker weiß, er lacks subtelte. Ich bin derjenige, um die Kötere aus unseren Haaren zu ziehen. Wir müssen uns nur ein whisker vor der anderen Familien. Was ich in der Zwischenzeit wissen muss, über dein Bruder? Um zu verstehen, Bartrens, musst du verstehen, die Dwarven Merchants' Guilden verstehen. Diese Dwarven sind die Dwarven, die ihren Müttern zu verkaufen, wenn sie die Dwarven, die ihnen eine bessere Teil der Valyrian zu bekommen haben. Wer mit ihnen zu tun hat, muss sie mit einem Knife unter ihrem Schlauch. In meine Familie, das ist Bartrens. A lot of Dinge können dich wundern. Ich würde nicht für die Dune, zuerst. Sure, I could have a cup of tea in the morning. But I hear it's bad for you. I've spent my whole life in Kirkwall. Dangerous enough most days. But it doesn't compare to the Deep Roads. So, this will be... Let's just call it an adventure, I guess. Great, now we're adventurers. Okay, Fenris oder Isabella, müssen wir mal schauen, was ich als erstes nehme. Bis dann. Und I'll see you again. So, let's go.